Hey Leute, willkommen zurück. Ich hoffe, dass euch die Videos, die jetzt bald folgen werden, von meinem Team und mir, dir gefallen oder euch gefallen werden. Und ja, das ist so eine Art Kanal Restart Video. Ich habe das jetzt hier so ein bisschen aufgebracht, mal ein bisschen das Kanaldesign an sich komplett überarbeitet, neues Profil wird und so. Das passt auch deutlich besser jetzt und auch zu dem Content, der kommen wird. Dazu werde ich gleich was sagen. Genauso habe ich hier eine Website unter highgraph.net. Vielleicht kennt ihr noch die alte Website, die war ja jetzt echt out to date. Und jetzt habe ich eine neue. Ich finde sie eigentlich ganz nett und da wird auch vielleicht noch ein paar mehr Sachen kommen. Wir haben eh noch viele andere Domains, wo dann Projekte drunter kommen werden. Die werden dann aber später noch vorgestellt werden von Nico, mir oder anderen Leuten, die in meinem Team sind. Und ja, nun, was wird euch erwarten? Erwarten wird euch neben Programmiervideos natürlich auch wieder Gaming-Videos. Und zuallererst, ich werde ziemlich wenig Minecraft wahrscheinlich bringen. Wenn, dann wird das höchstens irgendwelche Modpack-Videos sein oder irgendwelche Tutorials oder vielleicht mal eine Runde PvP. Aber ich habe seit fast einem Jahr kein PvP mehr gespielt. Ich bin komplett eingerostet, also erwarte da nicht viel. Dann wird natürlich ein bisschen was CSGO und so kommen. Vielleicht ein paar andere Spiele. Ich spiele auch ein bisschen GTA und so. Mal schauen, einfach ein paar Videos von diesen Games. Da wird es aber auch nicht so viel kommen, weil in CSGO bin ich halt echt ein Noob und das mag dann auch keiner ansehen. Und GTA, ja, weiß nicht, da kann man auch nicht so viel bringen, weil es finde ich ziemlich langweilig mit der Zeit ist und deswegen. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall zu dem programmiertechnischen Teil. Da kommt ziemlich viel, kann ich euch versprechen. In welcher Zeit das kommen wird, weiß ich leider nicht, da ich einiges zu tun habe. Ich bin jetzt nämlich in der 12. Klasse im Gymnasium in Bayern. Und es ist ja so, dass man da vielleicht etwas arbeiten muss. Und deswegen kann es noch ein bisschen, sagen wir mal, dauern bei mir mit Videos. Maximal halt wahrscheinlich bis zum Abi oder nach dem Abi halt. Aber das hoffe ich mal nicht. Ich werde auch davor schon ein paar Videos bringen und einige Sachen machen. Aber natürlich wird es, wenn dann, danach erst bei mir richtig losgehen. Aber mal schauen, ob ich da dann überhaupt noch Lust dran habe. Das sehen wir dann. Na gut, dann zu dem technischen Teil. Es kommen natürlich wieder zu Minecraft, zu Forge Modding, vielleicht auch Bucket oder Spiget, Programmiervideos. Forge wird das in einer ganz anderen Reihe sein. Das wird wahrscheinlich sogar auch teilweise auf Englisch sein. Entweder mit Untertiteln oder direkt die Videos auf Englisch, weil ich möchte gerne auch mein Englisch verbessern. Und dazu eignen sich natürlich auch solche Videos. Und natürlich auch vielleicht ein paar mehr Leuten helfen, weil ich finde in letzter Zeit auch relativ wenig Leute, die da irgendwas im englischen Sektor zu Minecraft Forge Modding machen. Ich bin leider auch nicht mehr up to date. Ich habe mir da 1.10 aufgehört und jetzt ist ja schon 1.12 irgendwas draußen. Und naja. Gut. Dann Nico, also Mr. Trouble. Kenne vielleicht einige. Hat sehr viel an der U-Mod mitgearbeitet. Mit dem zocke ich auch ziemlich viel und habe auch so einiges zu tun. Und ist ein richtig netter Typ. Der ist übrigens auch in meinem Team. Und ja, was heißt das? Das Team ist an sich so, habe ich ein paar Leute, ein paar Freunde, die eben dort, drin sind und dann einfach mal ein paar Videos produzieren, die sie dann einfach hier hochladen auf dem Kanal. Deswegen heißt er auch nicht mehr nur High Graph AD, sondern High Graph AD und Team. Und ja, da Nico sehr, sehr, sagen wir mal programmiertechnisch super ist und auch sehr viel so mit Informatik hat, generell so wie ich, aber er macht halt noch strangere Sachen. Also da wird er euch dann wahrscheinlich in einigen Videos auch was dazu sagen. Und naja, er wird auf jeden Fall auch einige, sagen wir mal, interessante Videos bringen. Mal schauen, was da noch so kommt. Ich habe noch ein paar andere Leute, die da vielleicht ein paar Videos hochladen würden, aber das sehen wir dann. Ich möchte halt einfach garantieren, dass immer mal wieder was hochkommt. Ich habe keinen Uploadplan oder so. Es wird auch keine genauen festen Zeiten geben. Deswegen abonniert einfach den Kanal. Macht vielleicht noch die Glocke an, wenn ihr informiert werden wollt. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den kommenden Videos. Und hoffe, dass es euch gefällt. Und ja, erzählt es gerne weiter. Dann wachsen wir vielleicht wieder, weil in den letzten Monaten, Jahren war ich ja sehr inaktiv. Deswegen die 1000 Abonnenten sind vielleicht maximal 50 noch aktiv. Naja, gut. Dann bis bald. Ciao Leute.